Den Kurzschlussstrom berechnen. Im Idealen Fall ganz einfach, denn beim Kurzschluss sind ja einfach nur die zwei Pole der Spannungsquelle direkt miteinander verbunden. Und wir gehen im Idealen Fall davon aus, dass weder unsere Spannungsquelle noch unser Leiter einen Widerstand haben. Das heißt, wir haben keinen Widerstand, der sich dem Stromfluss widersetzt. Das heißt, im Idealen Fall wird der Strom einfach unendlich groß. Ja, das sieht man auch ganz schöner monischen Gesetz. Es gilt ja, dass Strom gleich Spannung durch Widerstand ist. In dem Fall betrachten wir den Kurzschlussstrom IK. Und U, das ist die Spannung, die hier an einem Widerstand abfallen soll. Das ist in dem Fall einfach nur die Quellspannung. Und die fällt über den Widerstand Null ab, denn wir haben ja hier keinen Widerstand beim Kurzschluss. Entsprechend geht der Nenner hier in diesem Bruch gegen Null und wir kommen bei IK auf einen unendlich großen Strom raus. Ja, und ihr könnt euch sicher denken, das ist nur im Idealen Fall der Fall. Das ist natürlich nicht real, dass ein unendlich großer Strom fließen kann. Liegt schon am Innenwiderstand des Leiters. Aber was wir hier im Genom betrachten, ist der Innenwiderstand unserer Spannungsquelle. Denn jedes elektrische Bauteil hat einen eigenen Widerstand, so auch unsere Spannungsquelle. Und bei der realen Spannungsquelle zeichnet man diesen Innenwiderstand in Reihe geschaltet zur Spannungsquelle ein. Es wäre einfach unübersichtlich, den hier noch irgendwie mit im Schaltsymbol einzuzeichnen. Deswegen hat man sich einfach dafür entschieden, dass man diesen Innenwiderstand in Reihe dazu schaltet. Das ist unser RI. Und um hier ein konkretes Beispiel zu geben, gehen wir einfach mal davon aus, der Innenwiderstand einer Spannungsquelle befindet sich, weil es ist im Milliohnbereich, dass RI einfach gleich 5 Milliohn ist. Und jetzt können wir, wenn wir den Wert unserer Spannungsquelle kennen, ja, haben hier 12 Volt, können wir einfach den Strom berechnen. Denn jetzt fällt die gesamte Spannung nur über den Innenwiderstand ab, also über RI. Und hier ist der Kursschlussstrom trotzdem gefährlich hoch. Ja, denn wie gesagt, Innenwiderstand meistens im Milliohnbereich, wenn wir hier die Werte einsetzen, für die Spannungsquelle 12 Volt, also für die Quellspannung, die hier am Innenwiderstand komplett abfällt. Und für den Innenwiderstand die 5 Milliohn oder NSC Einheiten die 0,005 Ohm. Ja, da kommen wir auf 12 durch 0,005. Ihr könnt das im Taschenrechner eingeben. Ja, da kommen wir auf 2400 Ampere, die hier durch den Stromkreis fließen. Also ihr merkt, der Kursschlussstrom zwar nicht unendlich groß, aber wirklich sehr, sehr groß, auch im realen Fall, wenn wir uns den anschauen. Okay, ich hoffe, ihr konntet mit dem Video ein bisschen besser verstehen, wie man den Kursschlussstrom berechnet, wieso er im idealen Fall unendlich groß ist und wie man ihn auch beim realen Fall berechnen kann und wie solche auch sehr, sehr groß ist. Ja, gefährlich groß. Wenn ihr das noch Fragen habt, könnt ihr sie mir gerne in die Kommentare schreiben.